Für diese Frage habe ich immer schon Manschetten gehabt. Die Frage nach dem freien Willen. Der freie Wille ist eine westliche Konstruktion und ist aber auch gleichzeitig eine wesentliche Grundlage des Humanismus. Also schon etwas, wo ich jetzt nicht einfach sagen kann Schnupsi, alles Quatsch. Der Punkt ist nicht die Frage, gibt es einen freien Willen, sondern der Punkt ist, gibt es etwas Unbedingtes, was wir erfahren können. Also gibt es etwas Unbedingtes, was du erfahren kannst, was ich erfahren kann, was wir erfahren können. Und kann aus diesem Unbedingten heraus, was wir dann selber sind, in dem wir selber verbunden sind, heraus ein Handeln entstehen? Diese Frage, die du stellst, ist immens wichtig, weil das Herz Sutra und auch Zen lehrt, dass es fünf Bereiche der Anhaftung gibt, die die Illusion auslösen. Es ist der Körper, dass wir ihn so wahrnehmen, wie er ist. Das ist das Hauptargument. Ich bin ich und du bist du. Weil ich spüre einen Schmerz und du spürst ihn nicht. Du spürst einen Schmerz, aber ich spür ihn nicht. Das ist das Hauptargument. Aber es ist nur eine Bewusstseinsebene. Das Zweite ist Körper, Gefühl, dass wir an diesen Gefühlen festhalten. Nicht nur am Körper, sondern in dem Gefühl von Aggression oder hier. Die Wahrnehmung so, als dass wir permanent wahrnehmen und etikettieren. Alles kriegt irgendein Etikett. Wir sehen und sagen, ja, nein, gut, schlecht. Grün, Geld, Weib, Ideologie, da bin ich gut, da bin ich weg. Also permanent. Und dann kommt Nummer vier, der Wille, da komme ich gleich drauf. Und das fünfte Vishnana ist Bewusstsein. Bewusstsein im Denkenden. Ich, Geist sozusagen. Zur Frage von Wiedergeburt. Auf dieser Ebene wird gesagt, dass wenn der Mensch stirbt, diese fünf Dinge weg sind bis auf eins und das ist der Wille. Der Wille ist die Ebene, die Karma gestaltend ist. Das heißt, in der Lehre des Buddha ist es so, dass Karma ausschließlich durch Wille entsteht, durch Intention. Die Beurteilung einer Tat ist nicht dadurch, dass ich sie von außen beurteile. Jemand schlägt einen Mann. Die entscheidende Ebene ist nicht, dass dieser Mann den anderen schlägt, sondern die Intention. Die erste Intention ist es jemand, der hat einen an der Waffel und schlägt jemanden, weil er ein Problem hat. Das andere, er reagiert Hass ab. Ein anderer ist, der hat ihn provoziert. Das dritte ist, er will jemanden schützen. Und die letzte Möglichkeit, der andere Mann steht in Flammen und er versucht, die Flammen auszuschlagen. Die Intention ist das, was Karma erzeugt. Und das, was immer wieder und immer wieder in dem Modell von Wiedergeburten, das ein Modell ist, nicht die Realität zeigt, sondern ein Modell, das wir verstehen können. Nur diese Ebene der Intention erzeugt immer wieder neue Taten, neue Ursachewirkung, Ursachewirkung, Ursachewirkung. Im Kleinen wie im Großen bis hin zur Entstehung von neuen Leben und so weiter. Auf dieser Ebene erstmal ist der Willen nicht frei, weil er sich determiniert. Unsere Eltern, Großeltern, das System, die intersoziale Geschichte, determiniert die Vorstellung, wie wir willensmäßig handeln. Dennoch ist es so, dass auf dieser Ebene dieses Geistes, eben in dieser Ebene des Willens, und man kann sagen, Zen ist eine Schule des Willens. Wenn wir den Willen, unseren Willen, das ist die Power, diesen Willen auf Leerheit lenken oder auf unser Herz, also quasi den Willen mit unserem Herz, dem Herz der Liebe kurzschließen, dann gibt es einen köstlichen Knall. Dann entsteht eine große Kraft. Und wir erkennen und spüren, dass es eine größere Dimension gibt von eigenem Sein. Und das ist eine tiefe Erfahrung. Es ist die Frage, am Ende, was ist reiner Geist? Was ist Evolution? Was bewegt? Mich und alles. Und das ist schon die Essenz von Meditation. Das heißt, in die Meditation zu gehen und zu erforschen, was ist die Essenz von meinem Willen? Was ist die Essenz von Wille? Das ist ein sehr, sehr spannender und aufregender Weg. Kann ich sehr empfehlen. Und dort liegt die Antwort. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020